Wer von euch würde eher auf einer einsamen Insel überleben? Jawohl, ja klar. Das war keine Chance. Wer ist der größere Morgenmuffel? Du weißt, was ich antworte. Ich weiß, was du denkst und deswegen, ja. Richtig, Bags. Das denkst du. Boah, definitiv. Wer würde eher zu spät zum Training kommen? Eigentlich keiner. Aber wir wissen, warum wir weh nehmen. Was? Bist du doof, man? Du bist zwei Stunden vor jedem Spiel. Ja, deswegen. Zu früh. Zu früh oder zu spät? Zu spät. Wer würde eher zu spät zum Training kommen? Mein Gott, lass dir den Aki weg, du Idiot. Ja, du zu spät. Nee, ist richtig. Du zu spät. Weiß. Doof, man. Doof, doof. Mann. Wer von euch braucht länger im Bad? Brauche ich mich nicht. Wer von euch hat den besseren Musikgeschmack? Eindeutig. Wer hat die bessere Frisur? Boah. Wer kommt besser bei der Schwiegermama an? Hast du schon? Ja, natürlich. Aber ich nehme dich auch gut. Du kommst auch gut an? Ja, glaube ich schon. Wer von euch würde eher vom Platz fliegen? Eindeutig. Und noch eine special 11. Frage für euch. Wer von euch ist der Boss? Leute. Nur eine Antwort. Ja, ich weiß. Ich weiß, wer der Captain ist. Du, weil der Captain ist. Okay. Ja. Wie lieb переуб triple. Also, ich weiß, wer deripkcji wird. Und es sagtチャンネル dann. Ich passions dich. Ja. Ahне, wenn sie am Anfang an ist. Tod.